So meine Lieben, jetzt mal Menüvorbereitung für die Schnürfels. 15 Milliliter Wasser. Eine Messerspitze Leberwurst, schön klein machen. Das ist eine Messerspitze Leberwurst, schön klein machen. 40 Gramm Irish Pur. Jetzt etwas Moorübe rübergegrieben. Das ist eine Messerspitze Leberwurst. Danach Topinambur rübergegrieben. Eine Hefetablette zerdrückt. Dann kaltgepresstes Leinöl. Ein Schluck. Etwas Klosamenschalen. Und zum Schluss eine Prise Kokosraspeln. Fertig ist das Vier-Gänge-Menü. Ich hoffe, dass ich nichts falsch mache. Dankeschön. Jungs, Essen. Charlie. Tony. Vielen Dank.